Ich, Wolfgang Rademacher, helfe Ihnen auf der www.erfolgsonline.de zu der Einstellung des Niemals aufgeben. Bleiben Sie stark! Heutzutage schwebt praktisch jeder Autofahrer permanent in der Gefahr, in eine Blitzerfalle zu tappen. Denn der Blitzerwahn deutscher Verkehrsbehörden nimmt immer beängstigendere Ausmaße an. Praktisch an jeder Ecke müssen Sie inzwischen damit rechnen, Opfer einer Radarfalle zu werden. Vor kurzem nämlich haben sich ein Staats- und ein Rechtsanwalt in der Kantine eines Landgerichtes zu einem Plausch getroffen. Plötzlich stand spaßeshalber das Thema im Raum, wie man denn als rasender Autofahrer legal aus der Nummer herauskommen könne, einem Blitzer zum Opfer gefahren zu sein, nebst Blitzerfoto. Nach einer halbstündigen Fachsimpelei hatten die beiden Juristen tatsächlich eine durch und durch legale, wasserdichte Lösung gefunden. Resultat, man kann die Rechtsfolgen dieser Radarfahnenattacken tatsächlich legal aufheben. Sorgen Sie dafür, dass Ihnen das niemals passiert. Selbst dann, wenn Sie einem Blitzer zum Opfer gefahren sind, können Sie sich zumindest aus der juristischen Verantwortung herausfinden. Wie das geht, verrät Ihnen mein Ratgeber Blitzen ohne Punkte. Und wirklich nur dieses eine Buch. Denn dieses sagenhafte Know-how ist auf dem gesamten deutschen Buchmarkt absolut einmalig. Übrigens, das ist keine Aufforderung zum verantwortungslosen Rasen. Dieses Buch schafft viel mehr Waffengleichheit im Kampf gegen die oftmals widersinnigen Blitzerabzocken deutscher Behörden.